Letzte Woche Donnerstag unterzeichnete die republikanische Gouverneurin von Arkansas Sarah Huckabee Sanders ein Dekret, das die Verwendung von woken, frauenfeindlichen Worten in Regierungsdokumenten verbietet. Sanders unterzeichnete die Anordnung nach einer Pressekonferenz, an der mehrere weibliche Abgeordnete und andere Beamte teilnahmen. Wir sind alle hier, um zu sagen, dass wir genug haben, sagte Sanders, genug davon, Frauen und Mädchen auszulöschen, genug davon, unsere biologischen Unterschiede zu Männern zu leugnen und genug von dem Wahnsinn, der unser Land erfasst. Auf der linken Seite sind Frauen gegenüber der politischen Korrektheit in den Hintergrund getreten, kritisierte sie den woken Zeitgeist und nannte dies als Grund für ein Gesetz aus dem Jahr 2021, das Transgender-Mädchen die Teilnahme am Mädchensport in Arkansas verbietet. Die Wissenschaft ist klar und real, schrieb Sanders im Dekret. Es gibt Dinge, die nur Frauen tun können, wie zum Beispiel das Wunder einer Geburt vollbringen. Wunder einer Geburt vollbringen, wie zum Beispiel das Wunder einer Geburt vollbringen,